Seit wir das Kodemobil haben, ist unser Hundeleben noch schöner geworden. Das Beste daran ist, dass wir weiter im Kudde schlafen können und unser eigenes richtiges Möbelstück haben. Denn das Kudde wird dort hineingelegt. Die perfekte Ergänzung! Unser Frauchen hat die Einzelteile aus dem Paket ganz schnell zusammengebaut. Mitmachen war leider nicht erlaubt. Jeder von uns möchte gerne im Kodemobil liegen. Oder fahren. Hey, das möchte ich auch. Du brauchst noch mehr Schwung. Ich stelle mal die Rollen fest. Wieso fährt es jetzt nicht mehr? War nur ein Spaß, okay? Unser Frauchen kann das Kudde jetzt viel besser verschieben zum Aufräumen. Und wir helfen mit. Kopfabstützen geht auch immer noch. Die Wand bleibt sauberer und es sammelt sich keine Stauwärme unterm Kudde. Einfach rundum super! Und die Aussicht von hier oben erst. Das Kuddemobil von Sabro. Musik Bis zum nächsten Mal.